Die Vorbeifahrt an den Orten, an denen Christus und seine Mutter Maria vor über 2000 Jahren im Heiligen Land lebten, ist ein beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Der Kalvarienberg, der Hügel, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, ist der wichtigste Wallfahrtsort in Israel. Besucher unterschiedlicher Herkunft, darunter Christen verschiedener Konfessionen, Forscher und Touristen, die sich für die Geschichte des Nahen Ostens interessieren, besuchen diesen heiligen Ort häufig. Es gibt 14 Stationen, die die Leidensmomente Jesu vor seinem Tod markieren, darunter auch die Stelle, an der er fiel und Simon von Kyrene ihm half. Der Kreuzweg endet mit einem Besuch des Grabes, in das Jesus gelegt wurde, und von wo aus er drei Tage später auferstanden ist. Heute werden wir die Wege des Heiligen Geistes erforschen und die Ereignisse verstehen, die sich in den drei Tagen zwischen Jesu Tod und Auferstehung ereigneten. Aber bevor wir diese Reise beginnen, wollen wir über diesen heiligen Mann nachdenken, der die Geschichte der Menschheit verändert hat. Wie war Jesus? Einem BBC-Artikel zufolge ist das Bild eines weißen, bärtigen Mannes mit langen, hellbraunen Haaren und blauen Augen, das im Laufe der Jahrhunderte sowohl in der Kunst als auch in der Religion weithin bekannt und angenommen wurde, vom Eurozentrismus beeinflusst und entspricht möglicherweise nicht der Realität des Boten Gottes auf der Erde. Obwohl dieses visuelle Konstrukt vielen der geschätzten zwei Milliarden Christen auf der Welt ein vertrautes Porträt ist, spiegelt es wahrscheinlich nicht das wahre Erscheinungsbild von Jesus von Nazareth wider. Einigen Theorien von Historikern und Experten zufolge war der historische Jesus höchstwahrscheinlich dunkelhäutig, kleinwüchsig und trug wie andere Juden seiner Zeit kurze Haare. Die Schwierigkeit, das wahre Aussehen Jesu zu bestimmen, ergibt sich aus den Grundlagen des Christentums und dem Mangel an zuverlässigen physischen Beschreibungen zu dieser Zeit. Die Bibel, eine Reihe heiliger Bücher, enthält im Neuen Testament die Erzählung über das Leben Jesu und die ersten Entwicklungen seiner Lehre. Diese Texte bieten jedoch keine physische Beschreibung von Christus. Obwohl Jesus Jude war und sich seine Botschaft zunächst an die Menschen richtete, die im ersten Jahrhundert non Christus in der Region des heutigen Palästina und Israel lebten, entstand auf der Grundlage seiner Rolle als Prophet eine Religion. Das Christentum. Das heute die größte ist Religion in der Welt. Das Leben von Jesus von Nazareth ist aufgrund der Knappheit verfügbarer historischer Quellen von Geheimnissen umgeben. Die religiöse Tradition festigte die Vorstellung, dass Jesus von Maria geboren wurde, einer Jungfrau, die durch das Wirken des Heiligen Geistes auf wundersame Weise schwanger wurde. Seine Geburt dürfte in Bethlehem stattgefunden haben, einer römischen Provinz im heutigen Palästina. Bis zum zweiten Jahrhundert feierten die Anhänger Jesu seine Geburt nicht. Ein Brauch, der ab dieser Zeit immer beliebter wurde. Laut dem Portal Brasil Escola werden in einer wichtigen Aufzeichnung von Clemens von Alexandria verschiedene Daten für die angebliche Geburt Jesu erwähnt, aber keines davon stimmt mit dem 25. Dezember überein. Daher sind wir uns über den genauen Tag der Geburt Christi nicht sicher, da weder die Bibel noch andere historische Dokumente diese Informationen liefern. Die christliche Tradition legte jedoch den 25. Dezember als Datum fest, an dem die Geburt Jesu gefeiert wurde. Historisch ist bekannt, dass Josef, ein mit Maria verheirateter Zimmermann, die Rolle des Vaters Jesu spielte. Die Familie stammte aus Nazareth, wo Jesus nach einiger Zeit zu leben begann und daher als Jesus von Nazareth bekannt wurde. Über die Kindheit und Jugend von Jesus von Nazareth liegen allgemein und historiografisch kaum Daten vor, außer dass er in dieser Region gelebt hat. Einigen Historikern zufolge wurde Jesus in seiner Jugend möglicherweise von den Essenern beeinflusst. einer jüdischen Sekte, die abseits der Gesellschaft lebte, eine gemeinschaftliche Lebensweise verteidigte und die Gebote Moses befolgte. Jesu Wirken als Prophet begann mit seiner Taufe durch Johannes den Täufer, einen berühmten Prediger aus Palästina. Die Taufe wurde symbolisch als Moment der Sündenvergebung verstanden. Die biblische Erzählung besagt, dass Jesus zu dem Ort ging, an dem Johannes der Täufer seine Taufen vollzog, am Ufer des Jordan und um die Taufe bat. Von diesem Moment an fastete Jesus in der Wüste und begann sein öffentliches Leben, indem er durch verschiedene Orte in Palästina reiste und das Wort Gottes predigte. Er sagte, Wahrlich, ich sage dir, was du einem meiner geringsten meiner Brüder angetan hast, das hast du auch mir angetan. Der Bote brachte eine wichtige soziale Vision über Liebe und die Notwendigkeit, den Bedürftigsten zu helfen. Zu den Taten Jesu gehörte die Zusammenarbeit von zwölf Jüngern, auch Apostel genannt. Laut einigen Gelehrten des Wortes Christi hätte Jesus im Laufe seines Lebens etwa 35 Wunder vollbracht. Durch seine Gleichnisse übermittelte er seine Botschaften und demonstrierte seine Arbeit der Transformation und Heilung durch Gesten, Wunder, Exorzismen und Hilfe für diejenigen, die Hilfe brauchten. Lassen Sie uns nun über die letzte Phase von Jesus von Nazareth auf der Erde nachdenken, bis zu seiner Verwandlung in einen Geist nach der Kreuzigung auf Golgatha. Nach den Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes wurde Jesus an einem Ort namens Golgatha gekreuzigt, der auf Hebräisch als Berg Golgatha bekannt ist, was der Ort des Schädels oder der Ort des Schädels bedeutet. Dieser Name wurde vergeben, weil der außerhalb der Stadtmauern gelegene Ort eine Erhebung aufwies, die einem Totenkopf ähnelte. Dieser Berg war auch der Ort, an dem die zum Tode Verurteilten gekreuzigt wurden. Einer der von Origenes im ersten Jahrhundert berichteten hebräischen Überlieferungen zufolge, wäre Adam an der Stelle des Schädels oder auf Golgatha begraben worden, dem gleichen Ort, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Der Prophezeiung zufolge könnte die Menschheit, wenn sie mit Adam starb, mit Christus auferstehen. Daher würde Adams Schädel mit dem Blut Christi gewaschen, sodass der zweite Adam allen Kindern Adams vergeben würde. Ein Tempel, der aus einer kleinen Absis namens Adamskapelle neben dem Kalvarienberg besteht, markiert die Präsenz dieser symbolischen Tradition an diesem Ort. Eusebius von Caesarea, der im vierten Jahrhundert lebte und als Begründer zweier Erzählgattungen, der christlichen Chronik und der Kirchengeschichte bekannt wurde, gibt die Existenz einer Stelle auf dem Schädel zu, an der Christus gekreuzigt wurde. Er beschreibt ausführlich die Umstände, die zur Entdeckung des heiligen Grabes in seiner unmittelbaren Nähe führten. Die Entdeckung erfolgte, nachdem Kaiser Konstantin um 325 eine Durchsuchung der Städte angeordnet hatte, die zur Zerstörung eines dort errichteten heidnischen Tempels führte, der der Göttin Aphrodite gewidmet war. Später wurde auf dem Berggipfel ein kostbares Kreuz aufgestellt, um das spirituelle Zentrum der christlichen Welt zu markieren. Dieses Kreuz wurde später geplündert, aber das heilige Grab wurde weiterhin verehrt, bis es 1009 auf Befehl des Kalifen Al-Hakim Bi Amr Allah zerstört wurde. Es wurde mehrmals restauriert, unter anderem von den Kreuzfahrern. Der Geschichtsschreibung zufolge verursachte die Anwesenheit Christi in Galiläa und anderen Regionen des Nahen Ostens den damaligen jüdischen Religionsführern, die seine Predigten aufmerksam verfolgten, großes Unbehagen. Die römischen Behörden waren besorgt über das Potenzial Jesu, einen jüdischen Aufstand gegen die römische Herrschaft auszulösen und beschlossen, ihn zu bestrafen. Wir alle wissen, dass Judas Iskariot Jesus verriet und ihn den Behörden übergab. Einige Theorien deuten darauf hin, dass Judas Verrat geschah, weil er von Jesus enttäuscht war. In dieser Vision wäre Judas Teil einer jüdischen Sekte gewesen, die die Römer aus Palästina vertreiben wollte. Er erwartete, dass Jesus die Führung dieser Bewegung übernehmen würde, doch als ihm klar wurde, dass dies nicht passieren würde, beschloss er ihn zu verraten. Nach der Verhaftung Jesu wurde er einer Reihe von Gerichtsverfahren unterzogen, die in seiner Verurteilung zum Tod durch Kreuzigung gipfelten. Jesus wurde gefoltert und gezwungen, sein eigenes Kreuz nach Golgatha zu tragen, wo er zusammen mit zwei Kriminellen gekreuzigt wurde und dort starb. Nach seinem Tod wurde sein Leichnam in ein Grab gelegt, das mit einem großen Stein verschlossen war. Dem biblischen Text zufolge besuchte Maria Magdalena Tage später das Grab Jesu und fand es offen und ohne den Leichnam vor. Dann erschien Jesus seinen Aposteln und fuhr in den Himmel auf. Die christliche Tradition versteht dieses Ereignis als die Auferstehung Jesu Christi und bezeugt damit seine Göttlichkeit. Wir müssen über die Zeit zwischen dem Tod und der Auferstehung Jesu nachdenken. Er starb an einem Freitag, aber für Juden beginnt der Tag in der Abenddämmerung. Die dreitägige Zählung begann am Freitagabend. Was nur wenige Menschen beachten, ist die Zeit zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung. Obwohl es nur wenige biblische Hinweise auf diesen Bereich gibt, sind diese Hinweise für Christen aussagekräftig, um sie zu verstehen. Der Tod Jesu begann, als er bei der Kreuzigung seinen Geist in Gottes Hände übergab. Den Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zufolge forderte Josef von Arimathea, ein verborgener Jünger und Mitglied des Sanhedrins, die Überführung des Leichnams Jesu in ein neues Grab. Nikodemus, ein weiterer verborgener Jünger, brachte eine Verbindung aus Mürre und Aloe mit, um den Leib Christi zu salben. So konnte der Körper, der in den letzten Stunden allerlei Leid erlitten hatte, endlich in Frieden gebracht werden. Aus dem Wort Gottes verstehen wir, dass die gerechten Toten in einen Teil des Hades gingen, einen dunklen und vorübergehenden Ort, der nach einigen religiösen Lehren am Ende der Zeit zerstört werden könnte, wie Jesus in Lukas rätselhaftem Gleichnis berichtet. Das Buch Epheser beschreibt ein Umfeld, das in zwei gegensätzliche Seiten gespalten war, eine für die Gerechten und die andere für die Bösen, diejenigen, denen es an Glauben mangelt oder die Gottesbotschaften sogar verachten. Die meisten Christen glauben, dass Jesus dort nach seinem Tod seine erste Pilgeretappe absolvierte. Mit der Ankunft Jesu ereignete sich einer der glücklichsten und geschäftigsten Momente an diesem Ort. Dort war der, der von den Propheten bezeugt und als bereits unter Menschen lebend verkündet worden war, wie Lazarus. Jeder konnte ihn sehen, berühren und hören, was in der Umgebung eine spektakuläre Euphorie auslöste. Allerdings nicht lange, da eine weitere Bühne auf Jesus wartete. In einer Bibelstelle des Apostels Petrus heißt es, Christus ging hin und predigte den Geistern im Gefängnis. Die Frage ist, wer waren diese Geister und wo waren sie? Einigen Interpretationen zufolge befanden sich die bösen Toten aller Zeiten neben den Gerechten im Hades. Mit seiner Gabe des Lügens versicherte Satan den Gerechten sowohl, dass die göttliche Vorsehung versagt hatte, als auch den Bösen, dass sie nicht an die Existenz des Sohnes Gottes glauben sollten. Biblische Interpretationen von Passagen aus dem Kolosserbrief erklären, dass Jesus nicht in das Totenhaus hinabstieg, um Befreiung und Vergebung zu predigen, sondern um sich diesen Seelen im Geiste zu offenbaren. Diese Menschen waren verzweifelt und hatten keine Alternative. In dieser Vision kam Jesus, um die vom Feind wiederholte Lüge zu entlarven. Jesus ging nicht, um den gefallenen Engeln zu predigen, da sie ihn bereits vom Himmel kannten. Er ging, um den Schlüssel zum Tod und zur Hölle zu holen und damit die Macht des Teufels vollständig zu entleeren, so die biblischen Interpretationen des Buches der Offenbarung. Das Buch Epheser beschreibt dieses Umfeld, das in zwei gegensätzliche Seiten gespalten war. Die erste für die Gerechten und die zweite für die Bösen. Das heißt, diejenigen, denen es an Glauben mangelt oder die sogar eine Art Verachtung für die Botschaften Gottes hegen. Daher ist dies der Ort, an dem die meisten Christen glauben, dass Jesus nach seinem Tod seine erste Pilgeretappe absolviert hat. Mit der Ankunft Jesu in dieser Umgebung ereignete sich einer der glücklichsten und geschäftigsten Momente an diesem Ort. Er, von dem die Propheten bezeugt hatten, dass er bereits unter Menschen lebte, wie Lazarus und andere, war genau dort. Jeder konnte ihn sehen, berühren, hören. Sicherlich erfüllte eine spektakuläre Euphorie die Umgebung, aber nicht lange. Denn eine weitere Bühne erwartete Jesus. In einer der Bibelstellen des Apostels Petrus heißt es, dass Christus ging und den Geistern im Gefängnis predigte. Bleibt die Frage, welche Geister waren das und wo waren sie? Sicherlich gab es die bösen Toten aller Zeiten neben den Gerechten an einem anderen Ort im Hades. Einigen Ansichten und biblischen Lesarten zufolge schrie Satan mit seiner Gabe zum Lügen, dass die göttliche Vorsehung die Gerechten im Stich gelassen habe und versicherte, dass die Bösen nicht an die Realität der Existenz des Sohnes Gottes glauben sollten. Einige biblische Interpretationen von Passagen aus dem Kolosserbrief erklären, dass Jesus nicht in das Totenhaus hinabstieg, um Befreiung und Vergebung zu predigen, sondern um sich diesen Seelen im Geiste zu offenbaren. Stellen wir uns vor, dass solche Menschen verzweifelt wären und keine Alternative hätten. Deshalb kam Jesus in dieser Vision, um die Lüge zu entlarven, die der Feind den Anwesenden wiederholte. Jesus ging nicht, um den gefallenen Engeln zu predigen, da sie ihn bereits vom Himmel kannten. Er ging, um den Schlüssel zum Tod und zur Hölle zu holen und damit die Macht des Teufels vollständig zu entleeren, so die biblischen Interpretationen des Buches der Offenbarung. Auf jeden Fall gibt es in der Bibel eine klare Unterscheidung zwischen dem Zwischenzustand, zwischen dem Leben in der Welt und dem ewigen Tod in der Hölle, was die Realität des Fegefeuers zweifelsfrei beweist. Schon die Unterscheidung der Wörter, mit denen sich auf die Region der Toten und auf die ewige Strafe bezieht, ist ein Beweis dafür. Zum Abschluss unseres Videos möchte ich mich bei allen bedanken, die es bisher gesehen haben. Wir hoffen, dass diese Reise durch die Ereignisse, die das Leben und Vermächtnis Jesu geprägt haben, zu einer tiefen und sinnvollen Reflexion geführt hat. Wenn Sie es bis zum Ende geschafft haben, hinterlassen Sie einen Kommentar mit dem Wort Einlösung, damit wir wissen, dass Sie den gesamten Inhalt verfolgt haben. Ihre Teilnahme ist uns sehr wichtig. Bis zum nächsten Video.